Moin Leute, es ist jetzt halb fünf und ich musste so lange warten, weil es einfach viel zu warm war heute. Das heißt, ich fange jetzt sehr spät an, aber das wird eh über mehrere Tage gehen hier, deswegen völlig egal. Es gibt viel zu tun, es gibt nämlich viele Kleinigkeiten zu tun und ja, es geht nämlich bald wieder los. Aber wohin, das sage ich euch am Ende. Also, los. Also schaut euch mal dieses heillose Durcheinander an, aber das Problem ist, dass ich hier eine neue Buchse für den Kühlschrank einbaue und die alte Buchse, die weggeschmolzen ist, die ersetze ich auch durch eine neue, aber ich komme hier natürlich gar nicht dran, deswegen kommt die Kiste raus, die Kiste raus, das kommt raus und das kommt auch raus. So Leute, was habe ich gesagt? Gestern bin ich nicht mehr weit gekommen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall neue Stecker für meinen Kühlschrank und die habe ich natürlich noch nicht, deswegen widme ich mich anderen Dingen. Und zwar habe ich auf dem Dach wieder was schönes Neues. Kann man das sehen? Das ist da vorne. Kannisterhalter. Der muss jetzt hier drauf und ich glaube, das mache ich als allererstes. Also, los geht's. Wo ich jetzt schon mal hier in der Garage bin, ich habe nämlich noch so Trussshell, nennt man das, aus der Veranstaltungstechnik. Daran werde ich nämlich meinen Highlift-Jack hängen, aber ich muss hier noch in die Schraube eine Bohrung reinmachen, damit ich das Ding auch abschließen kann, beziehungsweise vielleicht mache ich da auch einfach nur einen Splint rein. Oh, wie soll ich denn da drankommen? Ich möchte den erst wegnehmen, ne? Ey, ich sage euch, das ist so schön, wenn man einfach auch mal mehr von dem Zeug kauft, was man sonst auch so benutzt. Weil da muss man nicht wie jeden kleinen Scheiß zum Baumarkt. Das hatte ich nämlich alles noch da. Das ist wunderschön. Selbst diese Schellen, die ich extra für diesen Dachträger gekauft habe, also dann nach jahrzehntelanger Recherche gefunden habe, davon habe ich nämlich auch noch, ich glaube, 24 Stück. Das heißt, fröhliches Schrauben. Dann geht es jetzt weiter. So, Leute, ein weiteres Problem war, dass ich diesen Tisch hier nie rausgekriegt habe, weil meine Daumen halt zu fett sind. Deswegen muss ich immer so machen. So, und dann so. Mega scheiße. Deswegen habe ich hier jetzt noch einen Griff dran. Dann habe ich dann hier diesen Griff. Der wird dann jetzt einfach hier so drauf genietet und fertig. Sieht das gut aus? Ist halt ein bisschen breit, ne? Und darauf kann ich ihn nicht machen. Muss ihn schon so mittig machen. Dann hoffen, dass das hält. Also, er hat eigentlich ganz okay gequetscht. Aber es hält. Es hält. Ich bin ganz überrascht, dass es hält. Hat er Probleme? Oh, jetzt zieht ihr da ruhig. Nein. Lass gut sein, Junge. Da ist ab. Jawohl. Aber hält auch. Ist gut. Ist doch super. Oh, jetzt kann ich ihn sogar hier dran schrauben. So. So. Besser geht's nicht. Ein großes Problem hatte ich bei der letzten Reise. Und zwar war hier ja der alte Wasserkanister dran. Hier an der Seite. Und mein Problem war eben, dass ich keinen Hahn hatte. So. Jetzt habe ich einen neuen besorgt. Und zwar den von Frontrunner. Das ist der hier. Der hat hier ja so einen Hahn. Aber meine bisherige Aufnahme für diesen Wasserkanister hat hier unten so eine Rundung. Und die von Frontrunner haben sich gedacht, ja komm, wir machen den jetzt mal super eckig. Sieht natürlich super cool aus. Und dann passt der auch nur bei uns auf die Aufnahmen. So. Und ich hoffe jetzt tatsächlich, dass ich, wenn ich, sobald ich hier diese Ecke rausgenommen habe. Jetzt ist die da drin. Was sie eigentlich nicht sein sollte. Aber hier sieht man es. Hier. Die Ecke guckt nämlich jetzt hier drüber. Und deswegen passt dieser Hebel hier nicht mehr. Naja. Er ist auch noch nicht richtig drin. Aber auf jeden Fall funktioniert es nicht. Und deswegen flexe ich jetzt die Rundung ab von meinem Halter. Dann hoffe ich, dass dieser schöne Frontrunner-Kanister auch endlich in diesen Halter passt. So. Boah. Mal gucken, ob jetzt hier der Kanister reinpasst. Ich hoffe. So. Die Ecke stört jetzt natürlich nicht mehr. Das stört auch nicht. Da ist er drin. Dann auch. Das passt trotzdem nicht. Scheiße. Da ist er rum. Ich verkeih das. Ich verkeih das. Ich verkeih das. Genormte Kanister. Die sind so klug. Gestern hatte ich definitiv keine Lust mehr, aber und ich dachte gestern auch, ey scheiß drauf, ich mach den anderen Kanister einfach da rein. Aber nein, heute habe ich den neuen Mut gefasst. Ich werde jetzt versuchen, einfach dieses Stück mit so einem Alu-Profil zu verlängern. Guck mal, was ich noch in der Garage habe, aber ich gebe noch nicht auf. Wir haben jetzt 9 Uhr. Ich werde heute richtig viel schaffen. Deswegen geht es jetzt super früh los. Na ja, klar. Dann ist uns allen geholfen. Ja, genau. Fünf Zentimeter reichen tatsächlich. Ach, das ist doch scheiße. Ey, wie knapp. Na egal. Ey, was ein Theater, ey. So Leute, bei mir ist ja der Stecker vom Kühlschrank weggeschmolzen bzw. die Buchse. Die habe ich schon ausgetauscht durch eine neue, aber ich werde jetzt den Stecker auch komplett erneuern. Und zwar kommt das Ding hier an den Kühlschrank. Das ist von Hella Marine. Ein, ja, 20 Ampere Stecker. Und ich hoffe, dass der ein bisschen mehr aushält. Und das ist das Gegenstück. Das kommt dann stupide hier einfach oben drauf. Zack. Das wird dann hier verschraubt. Und dann hält das Bomben fest und ist nicht irgendwie so eine wackelige, ja, so eine wackelige Angelegenheit. Super Verbindung, oder? Geil. So Leute, vier Tage später, aber der Stecker ist endlich da. Und zwar ist das jetzt so ein herkömmlicher Spicon-Stecker, eigentlich für PA-Anlagen. Das heißt, jetzt erstmal Elektrokiste rausholen und neue Strippen ziehen. Los geht's. So. Schon mal alles rausholen. Neuer Morgen. Heute werden die letzten Kabel verbunden und der Kühlschrank getestet. Kühlschrank zieht 8 bis 10 Ampere. Ähm. Also, was ist das hier? Das ist Plus. Das ist Minus. So, jetzt kann eigentlich der Ausbau wieder rein. Stecker verbinden und Kühlschrank rein. So. Ich hoffe, das ist positiv. Negativ 12,889. Wunderbar. Dann mach ich den Kühlschrank einfach mal ran. So Leute, jetzt noch was ganz anderes. Noch mal zurück zum Holz. Wir bauen nämlich noch einen Abfalleimer quasi, der in meinen Heckausbau kommt. Und ich habe zwar im Internet geschaut und überall hier in der Umgebung nach Plastikkalistern, aber so richtig habe ich den nicht gefunden. Also machen wir den einfach selber. Los geht's. So, erstmal einen Plan machen, weil ich habe noch 20 Minuten. Dann ist hier noch Mittagsrohr in der Umgebung hier. Das hält mich so hoch immer, ne. Von 1 bis 3 Mittagsrohr. Ich habe schon mal hier die Säge, 45 Grad, also auf Gehrung gestellt. Jetzt werde ich mir einen schönen Plan machen und dann geht's ratzfatz, ratzfatz. Drei, zwei, eins. rtfatz Musik 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 Untertitelung. BR 2018 So Leute, also der Kühlschrank funktioniert schon mal. Ich habe ihn gerade ausprobiert. Er wird kalt. Schon mal sehr gut. Ich hoffe, er wird mir diesmal nicht wieder die Bude abwandeln. Und ja, mal gucken, wie lange er durchhält. Sorry dafür, dass es heute so ein bisschen durcheinander war. Aber so ist das eben, wenn man kurz vor der Abreise steht und noch ein paar tausend Sachen zu erledigen hat. Ich lade gerade noch die letzten Batterien. Ich muss noch, wie ihr seht, alles neu einbauen. Aber dann geht's los. Und ja, eigentlich wollte ich ja nach Corsica. Aber dann hieß es wieder, oh Corona-Alarm. Und dann dachte ich, ja, vielleicht dann doch lieber Schweden. Naja. Aber wo es dann hingeht, das seht ihr ja dann. Also macht's gut. Vergesst nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.